Am 14. Oktober ist Wahltag. Das Wallis entscheidet dann, welche Personen ihre Gemeinde in den nächsten vier Jahren feiern. Im Oberwallis entscheidet man in 68 Gemeinden, welche Personen in eine Gemeinheit kommen. Obwohl wir im Oberwallis im Moment 72 Gemeinden haben. Der Grund ist klar, es gibt ab dem 1. Januar 2013 Fusionen, die in Kraft treten. So ein Gemeinheit ist Turtma Unnerems. Ich begrüsse zu dieser Sendung die zwei amtierenden Gemeindepräsidenten. Das ist an der ersten Stelle Christian Jäger, Gemeindepräsident von Turtma. Guten Abend. Und auch Johann Scherig, Gemeindepräsident von Unnerems. Guten Abend. Guten Abend. Johann Scherig, diese Fusion ist eigentlich beschlossene Sache. Am 1. Januar 2013 treten Sie in Kraft. Ihr habt diesen Prozess begleitet. Habt ihr nie mit dem Gedanken gespielt? Wohl, jetzt kommt eine neue Ära für dieses Dorf, für die fusionierte Gemeinde. Es ist vielleicht auch Zeit, dass neue Kraft kommt. Ich habe sehr oft mit dem Gedanken gespielt. Ich habe eigentlich immer kommuniziert, auch damals in der Urversammlung, wo wir die Fusionsprozesse haben, diskutiert und besprochen und die Situation dargestellt haben. Und ich habe eigentlich immer gesagt, grundsätzlich sollte ich aufhehren, in einer ähnlicher Periode. Jedoch sollte sich keinen anderen zur Verfügung stellen. Bin ich bereit, weiterzumachen? Weil ich glaube, man kann nicht eine Fusion durchziehen und einfach sagen, alles vorbei. Ich vergesse alles. Es war intensiv bei mir, dass wir andere Kandidaten finden. Also ich glaube, alle Partien haben gesucht und gemacht und getan, wie jemand bereit wäre. Leider Gottes ist die Situation heute so, dass sich kein anderer zur Verfügung gestellt hätte. Und dementsprechend stehe ich zu meinem Wort, was ich dazumal im Fusionsprozess euch gesagt habe. Und bin bereit, nochmal zu kandidieren und zu schauen, dass die Fusion euch wirklich so kommt, wie es wir gesagt haben und wie es wir geplant haben. Ihr habt jetzt gerade etwas angesprochen, was eigentlich auch in einem anderen Gespräch schon bemerkt hat. Dass eben die Gemeinden, die Partieverantwortlichen Schwierigkeiten haben, noch Leute zu finden, wahrscheinlich einen breiter Klären für den Gemeinrat. Warum, meinen Sie, ist das so? Gut, jetzt vielleicht, weil ich schon gerade eine besondere Situation war. Jetzt aufgrund von der Fusion, aufgrund der kleinen Unsicherheit, die vielleicht da ist. Und der Bevölkerung, in der vielleicht Summe gesagt hat, ja nein, jetzt direkt da reingehen in die Wahlen. Man weiss nicht, wie das rauskommt. Man kann das nicht abschätzen, so recht. Dort ist es viel grässer, viel mehr Stimme und ich. Also wird es für den Unternehmer sicher nicht einfach sein, in den Gemeinrat zu kommen. Weil ich dann das Summe jetzt schon ein bisschen gescheucht. Zu anderem sicher, es ist sicher längere Mitglied, was ich nicht unbedingt um öffentliche Ämter reissen. Es ist einfach eine gewisse Belastung, es ist ein gewisser Mehraufwand. Und viele sagen, ich will das nicht. Ich will lieber mein Leben leben, fertig. Das ist eine Verdrossenheit in der Politik. Das ist sicher so, das ist überall feststellen. Es wird auch immer wieder diskutiert. Man gehört viel, dass die Jugendlichen nicht unbedingt mitkommen usw. Ich glaube auch, beides ist ein bisschen. Also bei Einschobenen habe ich das Gefühl, dass die Situation ein bisschen da ist. Ich bin ganz sicher, ich bin überzeugt, dass in der nächsten Periode, also in vier Jahren, werden da junge Leute, junge Kräfte, die sagen wollen, wir gehen das, wir machen das. Und dann sieht es anders aus. Und auch in Turpmann hat es viele junge Leute, die bereit sind, das Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel der amtierende Gemeindepräsident. Er war ja einer der jüngsten vor Jahren, wenn ihr in den Gemeinrat gewählt kam, wenn nicht sogar der jüngste. Also nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber jetzt ist die Fusion komplett. Habt ihr euch den Gedanken gemacht? Ja, den Gedanken habe ich mir sicher auch gemacht. Ich bin mittlerweile acht Jahre im Amt. Vier Jahre als Gemeinrat, vier Jahre als Gemeindepräsident. Die Gedanken mache ich nach zwei Perioden. Ich muss sagen, dass ich eigentlich gesagt habe, dass ich das Jahr vorher entscheide, ob ich nur mal kandidieren werde. Und schlussendlich hat sicher auch der Fusionsprozess eine Neusschlag gegeben, wo ich das Gefühl hatte, es ist wichtig, dass man jetzt wirklich die intensive Zusammenarbeit, die in den letzten Jahren, eigentlich in der letzten Legislatur, war, dass man das weiterführen. Und nicht, dass man da gleich eine neue Kräfte vor länderte Tatsachen bringt. Weil es gibt sonst in der Gemeindepolitik sehr, sehr viel Neues, wenn Leiden in den Gemeinrat kommen. Und dann auch noch mit der Fusion, das wäre dann wirklich gerade ein bisschen zu viel. Und darum habe ich eigentlich auch entschieden, mal nur vier Jahre anzukommen und mich zur Verfügung zu stellen. Der Johann Scherig hat es auch gerade angesprochen, aber wegen der Fusion gibt es gewisse Unsicherheiten, sicher unter denen, die kandidieren können. Wie ist das mit dem? Ist das jetzt eine spezielle Situation? Ja, ich glaube für die, die im Rat selber drin sind, ist das ein bisschen gewisser, weil sich sehr intensiv mit der Materie auseinandergesetzt muss. Man muss jetzt beispielsweise die ganzen Reglemente überarbeitet und angepasst eigentlich von beiden Gemeinden. Also man muss da eigentlich wirklich sehr, sehr intensiv in eine Sache drin. Und ich glaube für die Bürgerinnen und Bürger ist es schon ein bisschen ein gewisser Faktor da. Ja, wie geht dann nachher die Zusammenarbeit schlussendlich? Und ich glaube, da müssen wir wirklich da reinwachsen in diese Sache. Und ich glaube, das wird sich eigentlich schon bald einmal einstellen. Im Moment sind die IRB zusammen Präsidenten. Das wird bei allem schon ganz sicher nicht mehr der Fall sein. Hat er das schon geregelt? Wie geht es weiter? Wird jemand von IRB vielleicht das Präsidium übernehmen, wenn er natürlich einen Gemeinratgewählt kommt? Ja, ich glaube, das ist die Voraussetzung, oder? Zuerst müssen wir mal einen Gemeinrat gewählt kommen. Und schlussendlich hat er den souveränen Entscheid zu bestimmen, werden die Gemeinde zu führen. Und ich glaube, das müssen wir dann wirklich nach den ersten Wahlwochen entscheiden und dann nochmal schauen. Gut, meiner Seite ist das eigentlich auch immer offen gesagt, nein, ich habe absolut kein Interesse, die Gemeinde zu führen. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn jetzt ich komme von IRB zu sagen, ich will einen Gemeindepräsidenten machen. Ich glaube, der Christian ist der richtige Mann, der jetzt die Gemeinde und ich mit der Fusion zusammengefeiert hat. Er kennt die ganzen Dossier. Ich glaube nicht, dass das eine grosse Diskussion ist. Meiner Meinung nach ist er überzeugt, dass er die Sache macht und dass er auch die neue Gemeinde fährt. Nominationen sind gemacht. Wie schwierig war es eigentlich, jetzt ein richtiges Verhältnis der Kandidierenden auf euch beiden Stellen, weil das eben sowohl UNRAMS wie auch Turtma bei den Kandidierenden verdreht ist? Ja, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, das ist eigentlich die grosse Schwierigkeit, die wir hatten, die Kandidaten von UNRAMS zu finden, die bereit sind, auf die verschiedenen Listen zu gehen. Es sind jetzt drei Listen, die im Prinzip hier sind, die sich stellen. Und das ist ein bisschen schade. Also das ist sicher ein gewisses Handicap, weil man gesagt hätte, eventuell auch einer, der UNRAMS nicht mehr hat und so weiter. Vielleicht wäre es gehörig gewesen, man hätte drei Kandidaten, in dem sie hatten. Es kann sein, dass wir die Wahl deweisen, wie es aussieht. Aber wie ich es vorher am Anfang gesagt habe, ich glaube, dass jetzt gerade der Anfang, weil man eine gewisse Unsicherheit spielt. Da bin ich sicher mehr als UNRAMS als Turtma. Es ist ja klar, wir sind viele kleinere Gemeinden. Dass die Leute ein bisschen mehr unsichert sind, ist ja sicher normal. Aber ich glaube, in vier Jahren wird das nicht mehr so ein Thema sein. In vier Jahren wird die Gemeinde zusammengewachsen sein. Und die werden dann Kandidaten von oben und unten auf diesen Listen sein. Also ich glaube, es war für alle Partien sehr schwierig, Kandidaten zu finden. Also nicht nur das Turtma und das UNRAMS, sondern eine neuer übrigen Oberwalliser Gemeinde. Und für uns war es eigentlich schon von Anfang an wichtig, dass wir eine UNRAMS-Vertretung auch auf unserer Liste haben wollen. Und nach Möglichkeit auch die UNRAMS-Vertretung im Gemeinderat garantieren können. Also klar, vom Gesetz weg gibt es eigentlich keine Garantie, dass man da eine Vertretung von einer kleineren Durchschaft hat. Aber für uns ist das wirklich immens wichtig, dass vor allem jetzt in der ersten Phase auch eine Vertretung gegeben ist von UNRAMS. Und trotzdem, mit dem einzigen ist es natürlich nicht getan, ich nehme an, dass ein Umdeichen der Gemeinderat auch stattfindet, dass man jetzt im Fall von Christian Jäger eben nicht nur mit Turtma ist, sondern auch UNRAMS auch dazu gekehrt und umgekehrt auch mit Johann Scherig, dass eben Turtma auch dazu gekehrt. Und das ist glaube ich nicht mit dem getan, dass ein Vertreter von UNRAMS reicht. Was meint ihr, wenn ich jetzt gerade davon spreche? Wie gross müsste das umdeichen sein, dass jetzt aber der Christian Jäger, zum Beispiel UNRAMS, nie da auch vergessen würde? Ja, das ist klar, dass ein gewisser Prozess da stattfinden müsste. Wobei wir in Turtma haben Erfahrungen mit den Weiler, die ausserhalb sind. Wenn ich an Tänne deiche, wenn ich an Brian Mühlachro deiche, wenn ich speziell an das Turtmottal deiche, das im Sommer eigentlich auch bewohnt ist. Also von daher gesehen haben wir die Erfahrungen schon. Und UNRAMS ist vom Territorium her, das haben wir im Fusionsprozess eigentlich immer gesehen, ist wirklich sehr kompakt gehalten. Und ich glaube auch da wird das bald eingependelt sein, dass man den Gedanken an UNRAMS sofort hat. Und der Vertreter von UNRAMS müsse non-stop geniale Anliegen durchkämpfen, durchsetzen, dass er überhaupt gekehrt bekommt? Nicht nur der Vertreter von UNRAMS, sondern die ganze Bevölkerung von UNRAMS. Aber ich bin überzeugt, dass kurz nach den Wahlen alle bewusst sind, alle, die gewähnt sind, dass jetzt die Gemeinde Turtmott UNRAMS heisst, dass das Gebiet grässer ist, dass oben auch jetzt ein Berg mehr dazu gehört mit diesen Problemen. Oben auch, wie es ist bewusst, dass nach Röntal-Gemeinde dazu gehört. Ich bin wirklich felsenfest überzeugt, dass das gut zusammenwächst. Weil das haben wir eigentlich schon einen ganzen Fusionsprozess gemerkt usw. Wir haben miteinander sehr viel diskutiert. Wir waren oft zusammen, wie der Christian gesagt hat, die Reglemente sind schon ausgearbeitet worden. Die Feuerwehr läuft schon so, die Schulen läuft schon so. Also es ist eigentlich schon recht zusammengewachsen. Es gibt klar, es gibt spezifische Probleme, die nur im Berg sind. Es gibt spezifische Probleme, die nur im Tal sind. Die muss man sich bewusst sein. Aber das ist ganz sicher, die Bevölkerung wird sicher auf diese Probleme aufmerksam machen. Und die werden alle bewusst im Gemeinrat. Und dann wird das klappen. Das habe ich keine Ahnung. Johann Schereck für die nächsten vier Jahre. Was liegt eben an Turtman am Herzen? Ja, sehr viel. Sonst hätte die Diffusion nicht euch wollen oder euch in die Wege geleitet. Das war sehr wichtig für uns, auch im ganzen Gemeinrat. Ich habe das Gefühl, Turtman ist ein sehr wichtiger Teil für uns. Das ist die Gemeinde, die zu uns ist. Die uns gehört, wäre immer schon ein enges, gutes Verhältnis mit Turtman gehabt, wie euch mit den anderen umliegen und Gemeinden wie Oberhems und Ergisch. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Wenn wir sie doch einstellen, offen sein und sagen, eine Gemeinde mit den ganzen Aufwänden, mit den ganzen Sachen, die wir in die Zukunft hineinkommen. Wenn ich nur schon daran denke, die ganzen Gesetzesänderungen, die Finanzausgleichheit geändert wird und so weiter. All das ist sehr wichtig, dass man das irgendwie im grossen, im grässeren Stil zusammen machen kann. Und das ist der erste Schritt. Der Schritt, dass man das miteinander macht. Das sind eine Menge wichtige Projekte. Turtman hat sehr wichtige Sachen, sprich der Flugplatz, die ganze Infrastruktur, sprich die Autobahn, was da ist und so weiter. Das sind Projekte, die da laufen und die wir realisieren müssen. Hier oben haben vielleicht kleinere Infrastrukturprojekte, aber auch in denen müssen zusammen realisiert werden. Und miteinander werden wir da eine ideale Lesung finden. Christian Jäger, was an Turtman, in den Turtman natürlich ein Unrems liegt auch in den nächsten vier Jahren am Herzen? Ja, sicher einmal, sagt die Bevölkerung, die am Zentrum ist, dass man wirklich für diese Anliegen und für diese Probleme, was sich eben aufgrund von diesem Prozess, die ergeben, dass man da so offens Ohren hat und auf die Probleme auch eingehen kann. Und ich glaube, wenn man miteinander reden tut, ein offenes Verhältnis hat und eine gewisse Ehrlichkeit und eine Tagleitung hat, dann wird das absolut kein Problem sein, dass man das eben auf gemeinsamen Weg in die Ordnung bringen kann. Der Johann Scherig hat es gerade angesprochen. Turtman ist in der Gemeinde, der viele Projekte am Läufen hat. Autobahn, Flugplatz, Innovationspark, der im Gespräch ist, Sinde und so weiter. Jetzt kommt Dana Unrems dazu. Die Belastung steigt noch mehr an. Ist man sich das vielleicht dem Gemeindrat bewusst? Ja, ich glaube, das ist immer im Hinterkopf da, dass man das ins Bewusstsein ruft. Also das ist offensichtlich. Wobei, muss man es auch schon sehen, das ist eigentlich ein Läufungsverfahren. Also man tut ja nicht von heute auf morgen einfach fusionieren und ist jetzt zusammen. Und oh, was machen wir jetzt? Sondern das ist jetzt eigentlich in der ganzen letzten Legislaturperiode ist das allmählich zusammengewachsen und die Gespräche gefährt. Man muss eigentlich so weit euch vorbereiten, auch als Beispiel von den Reglementen, dass das eigentlich der Weg ist. Also das wird eigentlich fortläufend auch funktionieren. Also da habe ich eigentlich nicht Angst, dass das ein grosses Problem darstellt. Und das ist klar, die anderen Projekte, die am Läufen sind, die müssen wir sowohl zu Unrems als auch die, die zu Turtman aufgegleist sind, und wir müssen eigentlich den Zusammenhang weiterverfolgen. Mhm. Wahlkampf. Bis zum 14. Oktober geht es darum, eben auch persönlich natürlich auf Stimmen anfangen zu gehen. Was meint ihr, was ist jetzt der Konkurrenzdruck grösser? Aus dem eigenen Dorf, wo vielleicht andere Kandidaten da sind oder sogar noch von der anderen Gemeinde? Ja, also, ich glaube jetzt nicht, dass da ein Druck ist. Ich glaube, die Leute, die sich jetzt da gestellt haben, die wollen etwas für die neue Gemeinde machen. Und ich will dann noch zurückkommen zur Belastung. Also ich glaube nicht, dass das eine Belastung ist, die Gemeinde unter einem. Wir haben ein Projekt, die wir eingegeben haben in die Gemeinde, die laufen und die heute im Prinzip durchgeführt werden können und die nachher, in nächstem Jahr auch schon weiterläuft. Und ich glaube, die Leute, die sich jetzt da bereit erklärt haben, auf die noch Wahlkampfs gehen, die sind sich dessen bewusst und die werden sich einsetzen für die Projekte in beiden Gemeinden, dass sie durchgeführt werden. Und härter glaube ich nicht. Das ist sicher, wer ist unter Ems, ist etwas Neues, wie wir die Proportswahlen, wie wir vorher nicht kennen, wie wir die Majorswahlen hatten. Das ist sicher etwas Neues. Partien sind uns mal wichtig, was Obena bis jetzt eigentlich in der Gemeinderatswahl keine Bedeutung in dem Sinne hatte, sondern das sind die Leitse, die gewählt wurden. Das ist etwas Neues, wo man das vielleicht erklären muss und sagen, wie es hier ist. Und unten noch, für die Turtmänner, als meiner Meinung nach, ist es vielleicht etwas Neues, dass man sagt, es ist hier oben noch vielleicht noch ein Unter-Emser, was sich auch stellt, was machen wir mit dem, wollen wir noch wählen oder nicht wählen. Aber ich glaube, die Bevölkerung hat es auch so wollen, die haben die Fussion auch wählen und die werden auch nachher mehr so wollen, wie sie zusammenhalten. Wie ist es für den Christian Jäger? Also es kommt vielleicht von eigenem Dorf vielleicht eine kritische Stimme, man nennt, es kommt eben auch noch eine andere Gemeinde mit einem Kandidaten dazu. Steigt auch der Druck hoch? Ja, das hat mit den Wahlen nichts zu tun. Also Kritik kommt eigentlich während dem ganzen Jahr ein. Man muss das eigentlich auch irgendwie gewohnt sein. Und das muss man sich im Vornherein eigentlich bewusst sein. Wahlkampf ist vielleicht ein falsches Wort. Also das erinnert immer so ein bisschen an die Präsidentschaftswahlen, wo man am Ende in den USA läuft. Also so sollte es ja nicht gerade verkaufen. Man muss sich ganz klar bewusst sein, es stellen sich Leute zur Wahl. Die Bevölkerung soll die auslesen. Und nachher muss man schon ganz bewusst sein, dass man vier Jahre zusammen arbeiten muss und eigentlich am gleichen strikt ziehen, dass man die Bevölkerung und die Gemeinde vorwärts bringt. Wenn man da nachher noch so Grabo kämpfe gehen gehen, dann kommt man kein Schritt vom Tatsch. Und ich glaube, das darf das nicht Ziel sein. die Diffusion zwischen Turtmann und Unrems treten am 1. Januar 2013 in Kraft. Ich glaube, die Wahl von Dich im Herbst ist sicher auch ein nächster Prozess, dass aber die Diffusion auch in den Leiden selbst bewusst ist. Man merkt es jetzt auch in diesem Gespräch, das wir aber in den letzten paar Minuten hier hatten. Ich kann sagen, merci vielmals, Abed, dass ihr jetzt Gast war. Das ist sicher eine spezielle Situation. Wenn ihr jetzt gerade den EWB durchschafft habt, ich sage, merci vielmals für dieses Gespräch. Beste Dank. Merci. Und EWB bleibt mir nicht anders übrig, als nochmal der Hinweis zu machen, auf die Politseite von www.ro.ch. Klickt auch darauf, da ist auch EWB das Dorf dabei und ihr könnt gerne ansehen, welche Kandidaten das in EWB im Dorf zur Verfügung stehen. www.ro.ch auf die Politikseite. www.ro.ch www.ro.ch